So viel Kleist war nie. Darüber schienen die Besucher einig, die sich am sonnendurchfluteten, frühherbstnebligen Sonntagmorgen aufgemacht hatten, in die Geburtsstadt des Dichters zu einem ungewöhnlichen Event. Die kleine und feine Literaturzeitschrift Die Horen wollte den 200. Geburtstag des Dichters auf ganz eigene Weise feiern. Sie hatte nicht nur Autoren, sondern auch Psychologen, Politiker, Kabarettisten bildende Künstler und einen Sänger gebeten, sich doch einmal Gedanken zu machen. Das haben wir auch zum ersten Mal gemacht. Eine CD, die beigelegt wurde, wo Hans Eckert Wenzel drei Texte, zwei Aigner und einen von Christoph Hein zu Kleist-Balladen verarbeitet hat. Man spricht immer so schön von Multimedial, aber hier ist wirklich etwas gelungen, unglaublich. Eine Annäherung, eine Spielvorlage zu Kleist, die ein weites Spektrum, einen weiten Fäscher der Künste auch aufmacht. Er schlägt an dieser Welt, an seiner Empörung, über sie, an der Empörung der Welt, über seine Empörung. Das war der runde Punkt. Die dünne Stelle in deiner Drachenhaut. Ich hatte mir Zeilen aus Kleists Werk genommen, Einschätzungen seiner Zeitgenossen, an denen ich ähnlich mathematischen Ableitungen mir beweisen will. Christoph Hein, Beate Mitschelich und Hans Eckert Wenzel. Nur drei der 50 im neuesten Horenband mit ihrem Nachdenken über Kleist vertretenen Autoren, Egon Bahr darunter, auch Dieter Hildebrandt, Friederike Mayröcker. Was nicht zu hören oder zu erlesen ist, ist nun zu sehen. Doch wer sehen will, muss eilen, nur kurz hängen die Miniaturen, Montagen, Collagen im Gebäude der spätbarocken Garnisionsschule, die dem Geist von Kleist seit 1969 Heimat ist. Nuria Quevedo zeichnet ihren Dichter mit kindlichem Gesicht, und wer nur lange schaut, dem schimmert die Totenmaske aus dem Antlitz. Anja Böttger inszeniert den Selbstmord als Installation am See, zerrissenes Bildnis im Wasser, lichtes Hoffnungsblau über sich spiegelnden Baumwipfeln. Und wie interpretiert Martin Hoffmann seine so heutige Gemeinsamkeit mit dem Verfasser des zerbrochenen Krugs? Also was überliefert ist, ist ein Zerrissensein zwischen einem irrwitzigen Anspruch und den beschränkten Möglichkeiten. Beschränkte Möglichkeiten sowohl bei Kleist ökonomisch, heutzutage sind die Möglichkeiten eher beschränkt durch den Zugang zu Medien oder in welchem Netzwerk man drin steckt. Und da erscheint mir diese Methode etwas zu zerreißen, das Zerrissene wieder zusammenzutun, das kommt mir einigermaßen gemäß vor. Aus durchscheinenden Papierfitzelchen, übereinander geklebt, schält sich Kontur und Konterfei, der durchscheinende Kleist in all seinen Schichten. Über die Zugänge anderer, von Bar oder Braun, von Hain oder Hildebrand, vermag das multimediale Horenexperiment dem Besucher und einen kurzen Abstecher wagenden oder Radwegwanderer vielleicht Zugänge zum eigenen Kleist zu eröffnen. So wie der Mitautorin und Psychologin Beate Mitscherlich. Das war für mich ein ostdeutscher Dichter, also ein Brandenburger Dichter. Ich bin aus Brandenburg und ich wollte genauer wissen, was von Kleist jetzt sozusagen brandenburgisch ist. Und Frau Mitscherlich, was ist es nun, das Brandenburgische am toten Kleist? Vielleicht das Trockene, also relativ viel Sand. Also auch die Art mit sozusagen Katastrophen umzugehen, denke ich, ist für mich etwas, wo ich den Menschenschlag hier wiedererkenne. Also diese Art, so über einen langen Zeitraum auch weiter zu funktionieren mit der ganzen Brüchigkeit von Erfahrung, die dahinter steckt. Und so könnte, wer in den neuen Horen lesend Station macht, dieser Tage im an der Oder ankernden Frankfurt einen neuen Kleist entdecken. In Texten und Bildern, von denen Mitautor Christoph Hein sagt, es gibt ganz überraschende Bilder, wie das 20. oder 21. Jahrhundert auf ein 200 Jahre altes Bild von großer Naivität reagiert. Mit Witz, mit gleichfalls naiver Weltsicht oder eben auch mit sehr viel böserer und durch 200 weitere deutsche Geschichtsjahre geprägtes Bewusstsein. Und das reicht aber in keiner Weise aus. Es ist auch eine Eleganz und Schönheit und Geschmeidigkeit, die einem so bestimmte Sätze und Satzteile ganz schnell unvergesslich machen.